Echte Nachhaltigkeit setzt sich aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten zusammen. Aktuell haben die meisten Betriebe leider in mindestens einem Teilbereich immer Defizite. Hallo, mein Name ist Jana Gebhardt und ich arbeite auf der Agrargenossenschaft Revien in Brandenburg. Wir bewirtschaften ungefähr 4000 Hektar, davon sind 1100 Hektar Grünland. Von unseren Flächen versorgen wir nicht nur unsere eigenen Rinder, sondern auch Tiere von benachbarten Betrieben, sowie die benachbarte Biogasanlage. Dort anfallende Gülle oder Gärrest landet dann wiederum bei uns auf den Flächen. So versuchen wir den Nährstoffkreislauf jetzt schon möglichst geschlossen zu halten. Gerade die Herausforderungen, die sich ergeben aus einem rasanten Bevölkerungswachstum, einer Flächenverknappung und dem Klimawandel, ist es wichtig, Werkzeuge an der Hand zu haben, wie zum Beispiel neue Züchtungsmethodiken und präzisen Pflanzenschutz. Worauf ich mich am meisten beim Praxistalk freue, ist einfach wieder neue Leute kennenzulernen, dass wir uns genau über diese Themen austauschen und wer weiß, vielleicht finden wir ja eine Dose.